Dieses Gerät ist Kameralinsendetektor und Wanzenfinder in einem. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Funktion des Kameralinsendetektors. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, leuchten auch schon die roten LEDs auf. Die Geschwindigkeit des Leuchtens können Sie mit dieser Taste erhöhen. Insgesamt stehen drei Stufen zur Verfügung. Wenn Sie nun den Kameralinsendetektor vor eine Kamera halten und dann aktivieren, sehen Sie, dass die Kamera einen roten Punkt zurücksendet. So entdecken Sie jede Minikamera. Es funktioniert auch mit diesem kleinen Objektiv. Die Hochfrequenzortung aktivieren Sie mit dieser Taste. Das Gerät reagiert nun auf Funksender in seiner Nähe. Hier zum Beispiel auf ein schnurrloses Telefon. Die LEDs schlagen aus und zeigen an, dass sich ein Funksender in der Nähe befindet. Die Teile sind untertitelt. Die Teile sind untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020